Wissen Sie, was das Interessante an Skeptikern ist? Dass wir immer Beweise wollen. Die Frage ist nur, was tun wir, wenn wir sie haben? Was glauben Sie? Ich glaube, die Menschen belügen sich lieber selbst, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Im vergangenen Jahr wurden im Vatikan mehr als eine halbe Million Dämonenbesessene gemeldet. Das wurde während eines Exorzismus in Chile aufgenommen. Das ist nicht der Teufel, sondern nur ein sehr krankes Mädchen. Sie braucht keinen Priester, sondern einen Seelenklempner. Ich habe seit Jahren nicht gebetet. Aber letzte Nacht habe ich für dich gebetet. Es kennt dich. Es kennt alle deine Sünden. Sprich nicht mit ihm. Es ist der Teufel. Ich hole dich. Dein Name! Sag mir deinen Namen! Gott, steh mir bei! Man kann es nur besiegen, wenn man daran glaubt. Beide! roads ELF Untertitelung des ZDF, 2020